Wir sind der Jekyll & Hyde Company, Spezialisten für elektronisch verstellbare Auspuffanlagen. Unser Name ist inspiriert aus dem Roman von 1886, Der seltsame Fall des Dr. Jekyll & Mr. Hyde. Wie der Hauptprotagonist im Buch verkörpern unsere Auspuffanlagen unterschiedliche Persönlichkeiten. Der Jekyll & Hyde Company wurde 1997 als lokales Geschäft in den Niederlanden gegründet. Nachdem es einige Jahre als kleines Unternehmen gearbeitet und die Systeme perfektioniert hatte, konnte das Unternehmen schließlich 2010 die erste europäische Typgenehmigung erlangen. Das ermöglichte, dem Unternehmen zu wachsen, sich auszubreiten und zu einem globalen Anbieter zu werden, der Motorradfahrern auf der ganzen Welt elektronisch verstellbare Auspuffanlagen bietet. Die Exhaust von The Jekyll & Hyde Company bietet dem Fahrer das ultimative Fahrerlebnis. Unsere hochmodernen, elektronisch verstellbaren Auspuffanlagen definieren die Art und Weise neu, wie du mit deinem Motorrad interagierst. Mit einem einfachen Druck auf einen Knopf am Lenker öffnet oder schließt sich eine Klappe im Auspuff. Das gibt dir die Möglichkeit, den Sound an den Moment anzupassen. Vollständig straßentauglich, mit exzellenter Leistung und nur aus hochwertigen Teilen hergestellt. Eine Dr. Jekyll & Hyde Auspuffanlage ist das Ergebnis von mehr als 25 Jahren Handwerk und Ingenieurskunst, die neue Maßstäbe für Fahrer setzt und von Fahrern entwickelt wurde. Dr. Jekyll & Hyde Auspuffanlagen sind für Harley-Davidson, Indian Motorcycle, BMW Motorrad und Triumph Motorcycles erhältlich. Unsere Auspuffanlagen verkörpern unterschiedliche Persönlichkeiten. Der Dr. Jekyll-Modus, bei dem du eins mit einer Umgebung wirst und niemanden störst. Der Mr. Hyde-Modus, bei dem du das volle Potenzial und den tiefen Sound deines Bikes entfesselst, sowie der Dynamic-Modus dazwischen. Durch einen einfachen Knopfdruck öffnen sich die Klappen im Auspuff komplett oder zur Hälfte und verleihen ihm dadurch mehr Power und Sound. Unsere Software ist so programmiert, dass sie subtil und fast unmerklich eingreift, wenn die gesetzlich festgelegten Parameter erreicht werden. Dies stellt sicher, dass du in allen Fahrmodi EU-konform bist. Wenn eine Dr. Jekyll-Mr. Hyde-Auspuffanlage für ein Motorrad entwickelt wird, geht es nicht nur darum, einen Auspuff an das Motorrad zu bauen und loszufahren. Unsere Ingenieure haben den perfekten Auspuff für das Motorrad unserer Kunden entwickelt. Mit Computersimulationen und dem Bau von Prototypen erstellen unsere Ingenieure einen Auspuff, der maßgeschneidert für jedes Motorrad ist. Mit einem verstellbaren Sound und 100% legaler Emission. Alle unsere Systeme sind darauf ausgelegt, allen vorhandenen EU-Emissionsnormen zu entsprechen. Mit all diesen Faktoren, die in unserem Produkt vereint sind, hat die Dr. Jekyll-Mr. Hyde-Anlage eine beeindruckende Reise vom Zeichenbrett bis zum Auspuff gemacht. Um unseren Kunden das beste Produkt anzubieten, werden alle Komponenten zur Herstellung unserer Systeme von professionellen Lieferanten in ganz Europa bezogen. Wir gewährleisten unsere Premium-Qualität, indem wir alle unsere Produkte einer strikten Qualitätskontrolle unterziehen. Wenn du mehr über Dr. Jekyll und Mr. Hyde erfahren möchtest, gibt es zahlreiche Online- und Offline-Möglichkeiten. Von Veranstaltungen und Informationen bei autorisierten Händlern bis hin zu unserer umfangreichen Website und unseren verschiedenen Social-Media-Plattformen. Um auf dem Laufenden zu bleiben, schau regelmäßig auf unserer Website und unseren Social-Media-Kanälen wie YouTube, Instagram, Facebook und TikTok vorbei oder abonniere unseren Newsletter. Wie bei der Auswahl des Sounds bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, ihr gewünschtes Auspuffsystem individuell zu gestalten. Wir wissen, wie wichtig Customizing ist, weshalb der Fahrer zwischen einer Vielzahl von Bodies, Endkappen, Krümmern und mehr in unserem Online-Konfigurator wählen kann. Gestalte deinen gewünschten Auspuff und mit nur wenigen Klicks kannst du ein Angebot von deinem Händler vor Ort erhalten. Nach der Bestellung wird dein Auspuffsystem in unserer Produktion in den Niederlanden hergestellt und versendet. Dort stellen unsere erfahrenen Mitarbeiter sicher, dass dein Auspuff zusammengebaut, überprüft und mit allen versehen wird, was du zum Fahren brauchst. Alle Systeme durchlaufen vor dem weltweiten Versand eine gründliche Qualitätskontrolle. Dr. Jacklin Mr. Hyde Auspuffanlagen werden weltweit über Vertragshändler und Distributoren, die mit der Jacklin Hyde Company verbunden sind, verkauft. Die Mechaniker unserer Händler wurden alle von Dr. Jacklin Mr. Hyde Mitarbeitern kompetent geschult, um sicherzustellen, dass dein neuer Auspuff perfekt an deinem Bike montiert wird. Dr. Jacklin Mr. Hyde ist immer unterwegs, sei es beim Besuch vor Ort beim Händler oder beim Testen unserer Auspuffanlagen. Aber vor allem findest du uns auf Motorrad-Events auf der ganzen Welt. Also komm uns besuchen und höre den Sound von Dr. Jacklin Mr. Hyde selbst. Wenn du irgendwelche Fragen hast, kannst du uns gerne kontaktieren. Wir hoffen, dich bald zu sehen. Wir hoffen, dich bald zu sehen.